heyo leute willkommen zur nächsten folge hitmen absolution da wurden wir fast entdeckt ich glaube wir sollten weiter gehen hier ich scheine auf einem guten weg zu sein die stromversorgung ist wieder hergestellt werden dann tun wir das doch irgendwie mal dieser schotter ach so der braucht strom da oben muss ich wahrscheinlich die stromversorgung erst mal wieder herstellen das heißt ich darf wieder hoch und darf jetzt erst mal ich bezahle und dann sind wir vielleicht nicht um wir so wieder herstellen aber das fällt doch bestimmt auf oder nicht cool ich jucke die gar nicht du kriegst dein geld ich bin raus und alle leben glücklich bis an der lebende auch gut dass sie jetzt gar nicht interessiert dass ich jetzt hier so den strom angemacht habe kommen wir einmal schnell den generator anwerfen ja komm schneller da kommt nämlich jemand und ja Untertitelung. BR 2018 Okay, hier bricht irgendwie gleich alles zusammen. Wo kommt man hier? Hier ist eine Treppe. Gut, da ist einer. Der jetzt weg geht. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so gut, dass er weg geht. Okay, beim Heli... Da oben wird irgendwas angezeichnet. Ich guck mal, was hier oben ist. Ein Aussichtspunkt, okay. Äh... So. Cool. Das ist jetzt nur ein Aussichtspunkt. Läuft. Ey, Kollege. Das macht man aber nicht, ne? Ach, Kollege. Dann stellen wir mal nur ruhig. Lassen wir ausnahmsweise mal am Leben. Okay, da muss ich rüber. Da hätte ich ihn verstecken können. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Moment. Was hast du denn? Äh, da kommen die Waffeln immer mit. Äh, darauf wechseln. Und zack. Und einmal... loshören. Und weg ist er. Oh. Okay, zum Glück hat der das nicht gesehen. Soll die Anlage infiltrieren. Zur Hauptlobby gelangen. Wo ist denn die Hauptlobby? Da hinten irgendwo, okay. Kann ich ja nicht einfach rein? Na, wie geht's? Ich muss langsam mal weg, weil... Okay, jetzt zieht das gerade nichts mehr. So, wo muss ich denn hin? Da hinten. Was ist, äh, wenn ich hier hochgehe? Ich glaube, die werden mal eben den Kontrollpunkt. Ne, die Anlösungsmedie behalte ich einfach mal. Oh. Ja gut, äh, manchmal kann man die einfach nicht, äh, ja, normal ruhig stellen, sondern manchmal muss man die einfach umbringen. Oh. Nice. Ach komm, Messer ist... Ja, nimm mal. Jetzt hab ich ja Lust, hier so ein bisschen rumzuballern, ne? Aber es wäre wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich, ich... Wenn wir schon so nochmal... Ah, soll ich? Soll ich? Wenn wir schon so nochmal verhaben, dann... Muss sich das doch eigentlich lohnen, oder? Ach, ne, komm. Ich versuch einfach mal ohne. Äh, wir müssen hier allerdings wieder runter. So, da können wir uns verstecken. Na, wie geht's? Ich muss hier mal lang. Oh, verdammt. Äh, jetzt geht die Tür nicht zu. Das ist uncool. Achso, er geht wieder raus. Okay. Na, wie geht's? Ja, ich wollte hier nur mal eben vorbeischauen. Jetzt ist die Tür zu. Natürlich nicht. Verdammt. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Das war richtig knapp. Oh Gott. So, Dickerchen, du bleibst hier einmal liegen. Guten Tag. Moment, wo muss ich hin? Die Karte muss mir mal anzeigen. Da hin muss ich hin. Du kennst mich gar nicht. Ich bin neu hier. Ich bin ein neuer Kollege. Jetzt weißt du, wer ich bin. Gut. Gut, ich hoffe diese Folge hat euch gefallen, wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten, also bis zum nächsten Mal, ciao Leute.